Die Handballspiele um den DHB-Pokal 2013 der Männer fanden zwischen August 2012 und April 2013 statt. Die Endrunde, das Final vor, wurde am 13. und 14. April 2013 in der O2 World in Hamburg ausgespielt. Pokalsieger wurde der THW Kiel. Als Spieltermine wurden für die erste Runde der 25. und 26. August 2012. Für die zweite Runde der 26. September 2012 und für die dritte Runde der 24. Oktober 2012 festgelegt. Das Achtelfinale fand am 11. und 12. Dezember 2012, das Viertelfinale fand am 6. Februar 2013 und das Final vor, am 13. und 14. April 2013 statt. In der erste Pokalmeisterschaftsrunde wurden die Vereine nach geografischen Gesichtspunkten in zwei Gruppen eingeteilt. In den Runden bis zum Viertelfinale hatten immer Spielklassen tiefere das Heimrecht gegenüber Spielklasse höheren Hauptrunden. Die Auslosung der erste Runde fand am 4. Juli 2012 statt. In der erste Runde nehmen keine Mannschaften aus der 1. Bundesliga teil. Die Spiele der erste Runde Nord fanden vom 24. bis 26. August 2012 statt. Der Gewinner jeder Partie zog in die zweite Runde des DHB Pokals 2013 ein. Der TV-Jahn Hiesfeld ist eine Runde weiter durch ein Freilos. Die Spiele der erste Runde Süd finden vom 23. bis 26. August 2012 statt. Der Gewinner jeder Partie zieht in die zweite Runde des DHB Pokals 2013 ein. Der TUS Ferndorf ist eine Runde weiter durch ein Freilos. Die Auslosung der zweite Runde fand am 28. August 2012 um 19 Uhr statt. In der zweiten Runde nahmen keine Mannschaften aus der 1. Bundesliga teil. Die liegen der Teams entsprechend der Saison 2012 dreizehntel. Für die zweite Runde waren folgende Mannschaften qualifiziert. Die Spiele der zweite Runde fanden am 23., 25., 26. September 2012 statt. Der Gewinner jeder Partie zog in die dritte Runde des DHB Pokals 2013 ein. Die Auslosung der dritte Runde fand am 2. Oktober 2012 statt. Die liegen der Teams entsprechend der Saison 2012 dreizehntel. Für die dritte Runde waren folgende Mannschaften qualifiziert. Die Spiele der dritte Runde fanden am 21., 23., 24., 24. Oktober 2012 statt. Der Gewinner jeder Partie zog in das Achtelfinale des DHB Pokals 2013 ein. Die Auslosung des Achtelfinales fand am 27. Oktober 2012 statt. Die liegen der Teams entsprechend der Saison 2012 dreizehntel. Für das Achtelfinale waren folgende Mannschaften qualifiziert. Die Spiele des Achtelfinales fanden am 11. und 12. Dezember 2012 statt. Der Gewinner jeder Partie zog in das Viertelfinale des DHB Pokals 2013 ein. Die Auslosung des Achtelfinales fand am 18. Dezember 2012 statt. Die liegen der Teams entsprechend der Saison 2012 dreizehntel. Für das Viertelfinale waren folgende Mannschaften qualifiziert. Die Spiele des Viertelfinales fanden vom 4. bis 6. Februar 2013 statt. Der Gewinner jeder Partie zog in das Final vor des DHB Pokals 2013 ein. Finalrunden Die Auslosung der Halbfinals fand am 12. Februar 2013 statt. Die liegen der Teams entsprechend der Saison 2012 dreizehntel. Für das Halbfinale waren folgende Mannschaften qualifiziert. Die Spiele des Halbfinales fanden am 13. April 2013 statt. Der Gewinner jeder Partie zog in das Finale des DHB Pokals 2013 ein. SG Flensburg-Handewitt HSV Hamburg Schiedsrichter MT Melsungen THW Kiel Schiedsrichter Das Finale fand am 14. April 2013 statt. SG Flensburg-Handewitt THW Kiel Schiedsrichter 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 Schiedsrichter